Hallo Leute, ich bin zurück mit einem neuen Tutorial. Das neue Tutorial, das ich euch heute beibringen werde, ist ATV oder Rondeward. Als erstes solltet ihr den Ball auf dem Mittelfuß halten und eure Zehen sollten dabei gebürgt sein, damit ihr den Ball halten könnt. Jetzt fangt ihr an mit Juggling. Danach versucht ihr den Ball mit dem Mittelfuß zu fangen. Bewegt euer Bein auf und ab. Lasst den Ball fallen und fangt ihn wieder. Upt diesen Schritt mehrere Male, dann werdet ihr ein Profi. Wenn der Ball herunter kommt, muss ebenfalls euer Ball mit herunter kommen, sodass ihr ihn wieder mit dem Mittelfuß fangen könnt. Der erste Schritt ist also das Fangen des Balls, der zweite das Anheben, der dritte Schritt die Knoschelrotation und der vierte Schritt das zurückholen und erneute Fangen des Balls. Mit mehr Training versucht ihr den Ball in der Luft zu fangen. Er sollte nicht auf dem Boden aufkommen. Versucht den Ball mit dem Mittelfuß an der Seite des Balls zu schlagen, sodass er sich dreht. Nach diesen Übungen könnt ihr jetzt ATV durchführen. Ich hoffe euch hat dieses Tutorial gefallen. Vergesst nicht mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.